Wie machen jetzt? Willst du jetzt die Pilzgrotte machen? Ja, das kann man ausprobieren. Und die ist wo? Keine Ahnung. Ach, oh ne, ganz hinten. Am anderen Ende. Ja. Da hinten. Längs. Oh je. Ist ein bisschen weit, ne? Guck mal, was ist hier oben noch? Das Hauptquest. Sprech mit dem Gönner, sprech mit Abnortan, sprech mit Rea haben wir noch. Ja, hier ist für den Rom. Das wäre in der Stadt wieder, sprech mit Rea. Hier drüben ist noch einer. Du bist jetzt gerade... Concordia Mercius. Ist gerade irgendwo in der Richtung. Hier bin ich. Hier bin ich. Jetzt komm ich nicht drüber. Komm ich irgendwo drüber? Soll ich Räuberleitung machen, komm. Ah, du stehst unten. Das hatten wir schon mal. So, ich spreche mit der mit. Concordia Mercius. Ihr seht wacker aus. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wie alle. Solange ihr keine Angst vor einem skrupellosen, heimtückischen Halunken habt. Ich fange nochmal an. Ich vertrete Sierodilische Sammlung. Eine Gesellschaft, die sich dem Aufspüren, der Bergung und der Instandsetzung der verlorenen Schätze der Agonia verschrieben hat. Welche Art Hilfe benötigt ihr? Unsere Gesellschaft besteht aus mir, meiner Schwester und einigen Verbündeten. Wir bereiten eine Expedition vor, um die von uns geborgenen Antiquitäten nach Trübmoor tief im Herzen von Schwarzmarsch zu bringen. Leider ist unsere Konkurrenz angriffslustig. Oh, ja. Diese skrupellose und heimtückische Halunken, den ihr erwähnt hattet. Hagenau der. Magus Darius. Er plündert die Geschichte und schert sich dabei nur um den Gewinn. Er war ein Mitglied unserer Gesellschaft, bis er unsere Rechercheunterlagen stahl und verschwand. Ihr müsst euch für mich in den nahegelegenen gesetzlosen Unterschlupf einschleusen und herausfinden, was Magus vorhat. Krieg mal ein, ne? Ich werde sehen, was ich über Magus Darius in Erfahrung bringen kann. Auch wenn ich selbst noch nie im gesetzlosen Unterschlupf war, weiß ich aus berufenem Munde, dass derlei Orte von allerlei Tunichtguten frequentiert werden. Halunken, Schwarzmarkthändler und Schmuggler mit schlechtem Leumund. Genau die Art von Gesellschaft, die Magus um sich schätzt. Der Singer ist sehr gesetzlos. Ja. Geht zum gesetzlosen Unterschlupf. Der ist... Hier. Vorne, in der... Ist das Ding hier? Weiß... Nein, das ist das, wir doch reißen. Ein Stück hoch noch. In der Stadt? Ja, bei mir ist ja wieder in die Stadt gehen, ne? Ja, dann müssen wir da in die Stadt und wahrscheinlich dann in irgendeine Falte oder so rein. Hm. Also der gesetzlosen Unterschlupf unter der Stadt. Was ist denn das? Achso, das hier ist... Allianzkampf oder so. Für den Ruhm. Das lassen wir mal, ne? Ja. Wir müssen denn hier alles machen. In die Stadt zurück. Wo ist der Eingang da? Hier, wo es reingeht. Yeah. Und nun? Wo sind wir da raus? Hm. Ist wieder das Boot. Man ist doch veräppeln, oder? Hä? Warum ist denn alles mit verreißen? Ich würde gerne Quests machen, die hier sind und nicht alle Quests. Was sind das hier? Löd. Das trifft sich mit Holgun. Das ist Hauptquest. Das ist ein bisschen... Dann gehen wir jetzt erstmal zur Krabbe und gucken, ob die gerade jemand angreift. Okay. Ich hätte dann noch Sprech mit Pragas in Gonfalon. Aber Gonfalon wird auch wieder eine Reise, ne? Wahrscheinlich. Ich habe es erstmal aktiviert. Mal sehen, wenn wir jetzt hier ein Stück weggehen. Es geht aber nicht in die Stadt. Also es ist wahrscheinlich keine Reise. Ich habe den erstmal was aktiviert. Mal sehen. Wir können ja trotzdem erstmal zur Krabbe gehen. Bin aber blind. Ich sehe es wieder, ne? Ich sehe es aber auch, ne? Also heute läuft es richtig gut. Wir laufen jetzt einfach mal Richtung Krabbe. Einfach so. Oder wir werden mal sehen, was passiert. Ja, die Punkte hast du bekommen. Oder du hast gesagt, die Skulls. Ich habe dafür von dem alten Namen die Skulls alle gelöscht. Nur mal so nebenbei. So, ein Stück da rum. Genau. Wir sind einfach bloß dort in die Richtung, wo der Schädel ist. Genau. Und da gucken wir mal, ob da irgendwas läuft. Da jemand ist, der uns hilft, die Krabbe kalt zu machen. Aber ich glaube, selber versuchen wir ein bisschen riskant. Oh, hopp. Laufen wir auch richtig? Wir müssen auch noch ein Stück nach oben. Laufen nicht völlig falsch. Nee. Wenn wir in die Steilrichtung oben laufen können. Warum? Wir können doch ein bisschen querfeldein laufen. Ja, dann laufen wir querfeldein. Ob wir nur wegen der Quest ständig hin- und herlaufen und ein bisschen querfeldein, macht ja noch keinen Unterschied. Hier ist ein Quest. Hier oben. Oh, moin. Wo ist diese verdammte Echse? Da habe ich jetzt vollkommen. Schuldraschi. Hallo. Ich erinnere mich daran, dass ich hier tagelang gejagt habe und keiner Seele begegnet bin. Der Krieg brach aus und alle verschanzten sich hinter Mauern oder blieben auf den Straßen. Diese Tage sind vorbei. Was macht ihr hier draußen? Wie ich schon sagte, ich war jagen. Aber jetzt, da der Vulkan ausgebrochen ist, gehe ich nach Deshan. Ich möchte nicht gekocht werden. Ich bin hier weg, sobald mein Civit von einem Gefährten hier auftaucht. Ihr seid nicht zufällig auf einen Argonia mit dem Namen steht im stillen Wasser gestoßen, oder? Nee, bei uns war nur fließendes Gewässer. Er ist ein guter Freund, aber er hält nie die Klappe. An ihm ist wirklich gar nichts still. Er sollte mich eigentlich hier treffen, aber ich warte schon viel zu lange. Wenn ihr in das Gebiet nördlich des Aschbergs kommt, könntet ihr dann ein Auge nach ihm offen halten? Er sollte dort irgendwo sein Lager aufgeschlagen haben. Falls ich ihn finde, werde ich ihm sagen, dass ihr nach ihm sucht. Hab Dank. Nicht viele sind heutzutage bereit zu helfen, besonders einer staubigen Aschländerin wie mir. Wir wollten uns auf Davenas Hof nahe Kragenmoor erholen, bevor wir das Tor von Deshan durchschreiten. Er sollte das wissen. Okay. Vielen Dank für den Look, DK. Sehr nett von dir. Ja. Ich hab mir schon fast gedacht, dass der hier ist, weil nämlich als wir hinten waren, war da so eine komische Echse. Hm, das stimmt. Als wir so Richtung den Dolmen, war da Dolmen, ne? So unterwegs waren wir da oben, so eine Echse mit dem Auge. Der Echse mit dem Auge war dort. Der Echse mit dem Auge. Ha, nicht zwei Augen, nein, nur eins. Das war eisig. So hier. Ja, ich friere. Na, ich muss ja kalt machen bei der ganze Hitze hier. Jetzt geht's irgendwo außenrum, ne? Ansonsten sollte ich auch weiterlaufen an der richtigen Stelle. Du campst schon wieder, ne? Ja. Du bist bei einem Gon-Monster langgelaufen, ich nicht. Ich bin doof. Du bist das Monster. Ach, nee. Ey. Er hat Geilverbeine für mich gehabt. Oh, hier oben ist ein Schrein. Die will ich nicht haben und schreien. Ach, nee, den hatten wir ja schon. Der ist wahrscheinlich im Verlies drin, ne? Ja, der ist da irgendwo im Verlies drin. Ha, Mist. Man rutscht immer von diesen Pilzen ab. Oh, was ist denn hier? Bermut. Was ist du da? So, wir gehen jetzt weiter und dann irgendwo in eine andere Richtung. Genau so machen wir das. Wir gehen weiter und dann in eine andere Richtung. Genau. Also hier lang. Schön in verschiedenen Wolken, Gebilde. Puh. Ja, bekann sie doch krass aus. Man muss ja näher rankommen, wie der Rauch dann aufsteigt, ne? Schön interessantes Bild. Der Dolmen ist wahrscheinlich anscheinend aktiv. Ja. Der kommt doch wieder. Könnte doch ein bisschen weit sein jetzt. Ja, der kommt doch wieder. Wir wollen zur Schildkröte. Die müsste jetzt hier unten sein. Das ist eine Krabbe. Genau, wir wollen zur Krabbe. Wie komme ich jetzt auf Schildkröte? Ich habe Wasser gesehen und gedacht, ach, es muss eine Schildkröte sein. Da kämpft gerade einer. So, schon mal angegriffen. Wenn wir eben mal hier sind, ne? Das war aber knapp. Wo ist das so hin? So, ja, geh mal drauf. Ich muss noch auf. Okay, forschen. So. Juhu. Bogen der Sonne? Das ist natürlich sehr gut gelaufen. Bogen der Sonne. So, ich habe einen Bogen bekommen. Der ist noch ein Stück stärker. Einmal nur gucken, was habe ich jetzt wo angelegt. Gut, hier habe ich... Bogen ist auszubilden. Das ist die Reserve. Und da haupt dann noch ein Bogen der Sonne. Das ursacht noch Magie-Schaden. Stell dran zu dem Magiker wieder her. Okay. Passiert mich nicht, aber die ist stärker. Die ist auf jeden Fall stärker. Jetzt habe ich mit einem Bogen nicht wieder weghauen kann. Oder dann... Boah, geil. Oh, irgendwie irgendwas. Warum? Ja, ich habe hier... Hatte hier ein Tier. Achso. Komm hoch zu dem Auge. Ich will erst mal gucken, was für eine Leiste habe ich eigentlich aktiv. Mal kurz gucken. Primär ist das, wo der Pfeilhage und das Eis drin ist. Das ist der Primäre. Da habe ich jetzt den Sonnenbogen. Sieht man das hier unten irgendwo? Nee, ne? Wieso richtig? Na gut. Du bist jetzt... Ein Stück höher gegangen, Richtung Auge. Richtung Auge. Erst Richtung Krabbeln, dann hoch? Ähm... Nee, ich bin einfach irgendwie hochgegangen. Nee, ich bin andersrum ein Stück. Andersrum ein Stück, okay. Genau, dort an den Felsen dann vorbei und dann hoch und dann eigentlich... ...dann ein Stück rum. Dann irgendwo... Ja, außenrum und dann hoch. Genau. Okay. Da war das tote Tier, was ich erledigt habe. Da haben wir es erschrocken, war ich schon. Ja, ich auch. Weil ich das diesmal ja so eingestellt habe, dass der Ton auch bei mir aus dem Lautsprecher mitkommt. Vorher war es ja so, dass der nur im Stream zu hören war. Das hat mich auch ein bisschen gestört, weil das ist ja nicht Sinn und Zweck. Es soll ja auch zum Beispiel dieser Donner... Es soll ja schon nochmal ein kleines bisschen so den Streamer erschrecken. Das hat ja schon so seine Gründe. Ihr solltet damit doch noch ein bisschen euren Spaß haben. Ich sollte vielleicht ein kleines bisschen die Lautstärke noch zurückdrehen. Weil ich habe bei mir dann kurz mal ein Lautsprecher ein kleines bisschen zurückgedreht. Nicht, dass die Kleine wacht wird. Es wäre dann rockig geweckt. Wir wollen jetzt... Wir gehen zu dem Auge wegen dem Quest, ne? Genau, wir wollen das Quest machen. Also hier... Was machst du denn hier um die Ecke? Hier, bring dich um die Ecke. Das Eis kam zu spät. Ah. Weil ich glaube, er kommt trotzdem, ob er noch tot ist. Ja, ich teste auch so nach und nach diverse Dinge, die man so machen kann. Versuch was zu ändern. Versuch auch Dinge für die Zuschauer einzubauen. Damit es für die auch interessanter wird. Und nicht einfach bloß, ach, ich schau mal zu. Sondern so könnt ihr aktiv am Streaming teilnehmen. Einfach zuschauen, Skulls sammeln und dann einlösen. Also, Decay, ganz viele Skulls einlösen, bevor du die 30.000 hast. Hier liegt steht. Hier liegt steht im stillen Wasser. Ey, das ist ja fast ein Zungenbrecher. Hier liegt steht. Der Sieg ist grausam, aber die Niederlage ist schlimm. Der Körper des Argonius kühlt sich gerade ab. Die Leicheuntersuchung. Steht im stillen Wasser, scheint von einem Alit aufgeschlitzt worden zu sein. Sein Dolch steckt noch in der Scheide und trägt ein auffälliges Siegel am Heft. Den Dolch nehmen. Zerstörung. Und er hat so eine geile Stimme. Flieht vor dem Gott der Zerstörung. Nein, wir sind da langgelaufen. In alle Richtungen. In wirklich alle Richtungen.